Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute dabei ist wieder meine Schwester und wundert euch nicht, warum Catnap in der Nähe ist. Ich bin heute sowas wie bei Barry, nur halt in Catnap-Version. Soll ich mir Catnap kaufen? Nein. Doch, mach. Was ist denn alt dran, Catnap? Bitte, kauf dir den Catnap. Dann hab ich aber nur noch 159 Rubber. Boah, das wäre halt so geil, oder Leute? Erst wenn, wenn das Video, äh, äh, 150 Likes hat. Hallo? Ja. Schaff ich nicht. Oder, äh, oder wenn du 50 Likes. Ab 50 Likes habt ihr gehört, kauft meine, bleh, 60 Catnap. Und dann, ja, spiel ich das als Catnap. Ja, und die machen sogar dann auch eh das, ne? Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, was dann aber. Ja. Also. Hier ist alles so schön ping. Also, liked und abonniert, ähm, schon mal. Also, wir brauchen 50 Likes. Damit ich Catnap kaufe. Ja. Ähm, irgendwie kriegt ihr das schon hin. Also, lass auch wirklich wieder hoch, weil sonst vergisst du es schon. Und dann sagst du, dass du 50 Likes hast und dann kaufe ich mir das. Oh, hier ist Rainbow. Oha. Oder Hagiwagi. Nein, Hagiwagi sieht kacke aus. Nee. Der sieht aus wie Linus. Oh, scheiße, ich hab den Namen gesagt. Denn er lag. Oh, scheiße, bleh, oh, scheiße, bleh, oh, scheiße, bleh, oh, scheiße, bleh, oh, scheiße, bleh. Left Catnap-Rum. Oh, ich konnte grad die Scheiße nicht drücken. Ups. Ich muss jetzt dreimal, viermal Wörter zensieren. Och, wie weit muss man bitte hier laufen? Oh Gott, was war das? Catnap. Er muss hier so weit laufen? Achso, der kommt da nicht hoch. Achso, okay. Hey, doch. Aber der läuft nicht hinter dir. Ja, weil der festhängt. Bei mir auch. Der chillt einfach da unten rum. Ja. Bui. Ich verstehe das wieder. Ah, hier. Boah, ist das eine cool Schaufel. Das ist aber auch immer dieses Klo, ne? Ja. Die Schaufel sieht diesmal cool. Boah, hier ist alles so schön. Nee, warum ist die so... Das hat die... Oder Leute, ich... Darf ich auch ein Short machen? Du machst aber gerade ein Video. Hey, ja, Leute. Ja, das kann nicht kein Short sein. Weil das sonst so... Ja. Manga, bist du bei mir mal gebrochen? Weil die da einmal springen. Wenn man dann aufstehen. Ist das doof? So, jetzt so. Ich hab's auch mal nach tausend Jahren geschafft. Ach so. Man muss schwimmen. Ey, wie das das anwört, voll gruselig ist. Dieses Schw... Das soll man in Schwämme schaffen. Ja, klar. Ach, ja. Ach, ja, man kann mir das... Ich kann mir das... Die Krühe braucht ja lange. Äh, der Junge ist gestorben. Ah! Ah! Mich einfach so... Ah! Ja, ich war doch hier. Oh, baby, gruselig. Hä? Ach, scheiß. Oh, Gott. Leute, ich muss halt jetzt so viele Wörter zensieren. Ach, was macht wieder Krühe, wieder Quatsch. Du hast auch einmal scheiß... Oh, scheiß. Oh, bleh. Was ist da denn denn so schlimm? Leute, wundert euch nicht, wenn so viele zensierte Wörter da drin sind. Ich muss mal in der Zeit scheide und so sagen. Ich weiß jetzt nicht ganz andere. Ja. Oh, mein Gott, deine Ente. Ach so, ah. 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 Warum hat er so lange Füße? Aber der ist voll lahm. Bäh. Oh, ey. Kann man den auch irgendwie festhängen lassen? Der kann halt einfach da durchrennen. Ah. Hat der... Hat der... Ist der irgendwie... Der hat eine Störung. Catnap hat eine Störung. Irgendwie sich anhört. Lasst mal einen dicken, fetten... Bäh... Dicken, fetten Like für mich da. Weil ich brauch 50 Likes. Dass die sich Catnap kauft. Ja, ich hab so viele Robins extra gekauft. Und dann sag ich... Ja, so einen Scheiß kaufen. Du machst das halt aus... Du... Du willst, dass ich das kaufe. Du aber... Ah. Äh, nee. Sag es bitte, also sag ich halt ab 50 Likes. Weil du sagst, ab 150 Likes ist zu viel. Leute, ich mach für dieses Video noch ein Short. Ey, Kitty, ich seh grad in meinen Augen. Auf der Seite, dass du grad gestorben bist. Ja. Das seh ich. Weil du auf mein Handy guckst. Äh, ich hab hier drauf geguckt. Und dann hab ich hier so schon gesehen, dass du gestorben bist. Meine Augen sind nicht dumm, ne? Auch wenn ich hier beim Avatar kein Gesicht... Ich bin grad kurz vor dem Ziel. Und wie teuer ist der denn? Oh, scheiße, ich hab nicht genug. Oh, scheiße, oh. Okay, die hat nie genug. Kannst du dann die Wörter zensieren? Warum ich? Weil ich das nicht kann, weil ich zu dumm dafür bin. Oh, ich muss noch so flischen, weil das Handy aber auch so voll ist. Können wir mal darüber reden, dass an ihrem Handy die Kamera weg ist? Äh. Und jetzt nicht ganz sicher war es so. Das ist... Hallo, hör mal auf, so rumzuzappeln. Äh, das Handy ist nicht von mir. Ja, das hatte irgendwo Mutter. Und dann hat sie mir das kaputt gegeben. Hier ist ein Lieder. Doch, steht halt schon einer. Und dann steht er vor dem Leiter. Ja. Ist halt so, ne? Ja. Ja. Da muss hier noch Ketten stehen. Ja. Hier steht ja Ketten. Hier muss die neue Ketten stehen. Ach. Hier steht ja Ketten. Hier muss die neue Ketten stehen. Ja, aber du bist nicht besser. Hallo, die macht mir halt gerade nach. Nein. Wetter. Wie alt der, dass das alle abgestellert hat. Nein. Wenn die wieder wetter machen, fällt sie wieder runter. Nein. Doch. Nein. Ich wette mit dir um eine Karte für Paysafe. Och nie. Doch. Und ich bin nicht drunter gefallen. Und Fini ist runter gefallen. Ja, weil du dir sogar eine Wetten für eine Paysafe Karte nimmst. Du hast es dann alle gemacht. Boah, die zappelt die ganze Zeit hier so rum. Weil ich das immer noch habe. Ich aber nicht. Das kann einfach nicht stimmen oder so. Und dann denke ich, dass ich tot bin. Wir sitzen. Ja, aber ich denke trotzdem, dass ich dann tot bin. Weil ich mich nicht bewege. Ich bewege mich gerne. Bist du doof? Nein. Aber schnell durch. Waschen. Waschen? Ja, ich kann nicht. Ah, ah. Hey, was? Waschen? Ich bin nicht. Ja, die sind ja nicht so breit aufeinander. Ist doch besser so. Ja, das ist halt easy. Man muss erst da ganz, ganz hinten erst springen. Nein. Die sind gar nicht gesprungen. Nein. Die sind gar nicht gesprungen. Die sind gar nicht gesprungen. Die sind gar nicht gesprungen. Nein. Der ist halt so larm wie ne Ente. Ich bin halt so gespannt, was die Leute sagen. Nichts gegen Enten. Ich liebe Enten. Aber der ist wirklich larm. Von mir hängt der halt jetzt schon fest. Der schreibt halt so hoch. Wo ab mit deinem komisches Gesicht. Ich kann ihn einfach so von der Seite abschießen. Der hängt halt da fest. Von mir verliert der halt kein Leben. Wenn der festhängt, dann wird's nicht. Doch, das geht. Doch, Bär, hau ab. Ich kann nicht dafür, dass du so alt bist. Alles gut mit dem? Komm mal hier mein Bibi. Oho. Hier ess man ein bisschen mehr Obst und Gemüse. Der ist halt voll larm, ne. Und bei Baby ist es ganz, ganz schnell. Also was muss man denn besiegen, wenn man einfach gleich raus ran kann? Oh mein Gott. Ja, das ist dann die Tür zu. Ja, das ist dann die Tür zu. Ja, und man braucht ja eine Waffe. Rutsche! Wohuhu! Oh Gott! Bäh! Ich schwebe wieder. Und daffentlich kommt jetzt Kelly. Bäh! Das ist so ein Reflex. Leute, meine Schwester... Toller Reflex, wow. Meine Schwester soll meine Videos bearbeiten. Hier ist man ja mega schnell, ne? Beim Barry ist man voll hart. Ich hoffe, meine Schwester zensiert die Wörter, die wir gesagt haben. Warum muss ich das denn machen? Weil du am besten das kannst. Ich will aber keine Videos bearbeiten. Du musst doch nur die Wörter zensieren. Ich habe auch keinen Bock zu kaufen. Hallo? Zitter mal nicht. Was stört dich denn daran? Die zittert hier die ganze Zeit. Ja, weil mein Fuß so gelenkig ist. Hä, das laberst du. Ja, mein Fuß kann nicht auswärts richten. Jeder Mensch ist anders. Ja, dein Fuß wirst. Lach nicht so blöd. Ich bin gleich tot. Ja, ich nicht. Ich muss nur aus dem Arm irgendwie abschießen bekommen. Ich kann mich nicht bewegen. Wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich keinen Bock mehr. Wenn ich jetzt da bin, habe ich keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr da drauf. Muss ich weiterspielen. Ja. Ich habe aber keinen Bock mehr auf den Kidnap. Die hat sich halt Dowie ausgesucht. Die wollte das halt spielen. Ich dachte, das wäre was anderes. Das ist aber so schnell. Und ich will nicht. Du schaffst das, Mädel. Nee. Guck mal, ich habe mich schon angeklotzt. Hast du schon einen Arm abbekommen? Okay, ich will raus. Nein. Ja, jetzt habe ich Zeit. Ja, ich habe ihn geliebt. Ich will auf mein Stil. Oh, abgebrennen. Ich will nicht deine Angelegen. Ich kann zwei Silen reinrennen. Okay, Leute. Wir beenden das Video. Ich hoffe, meine Schwester muss sich Catnap kaufen. Nee. Bitte nicht. Leute, like den lassen. Wenn das... Lasst ein Like nach unten da. Nein, nach oben. Och nee. Ich will auch nicht den kaufen. Leute, ihr schafft das. Ich glaube an euch. Ich will das lassen. Ciao. Ciao.